Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheiße, es ist die erste Folge, egal Ich werde euch auf jeden Fall heute ein paar Antworten zu Fragen geben, die ihr mir auf Twitter gestellt habt Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an Und zwar fragt der liebe Nino Peto, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Vorab möchte ich sagen, die ganzen Fragen sind uralte Fragen, die er mir damals unter Hashtag Astoghi Gestellt habt, ich habe jetzt noch keinen neuen Aufruf gemacht, vor allem es ist 10 Uhr morgens und alle sind in der Schule Und ja, dann dachte ich mir nämlich doch mal die Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe Okay, wie bin ich auf meinen Namen gekommen? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte Und zwar, ihr kennt ja bestimmt Harbo, ich meine bestimmt schon mal irgendwas davon gehört Das ist so ein Online-Retro-Game, wo man, keine Ahnung, so Pixel Da ist man so ein Pixel-Mensch, dann rennt man das herum und kann so sagen so Hallo, ich bin sich suchfreund im Internet Und das ist halt sehr witzig Dort waren wir dann in so einem Retro-Hotel Dort war ich dann Moderator und eine Freundin von mir war dort auch Moderator Die hieß Bums Hose, also die hat sich dann einen YouTube-Kanal gemacht und die hieß Bums Hose Dann dachte ich mir so, boah, ich finde den Namen eigentlich ganz geil Da war ich ungefähr zwölf oder so Ähm, ja, nenne ich mich doch Bums Doggy Und ich habe nicht irgendwie an Hunde-Ficker und so weiter gedacht Nein, äh, ich fand den Namen einfach nur cool Und deswegen, ja, egal, nächste Frage Und zwar kommt dieser von True Place Und er schreibt, wie stellst du dir deine Zukunft auf YouTube vor? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage Weil man sich ja doch immer Gedanken macht Ja, wie wird das in Zukunft sein? Wie wird YouTube in fünf Jahren sein? Wie wird YouTube in einem halben Jahr sein? Wie wird YouTube morgen sein? Und da kann ich euch nur sagen, ich bin ein sehr, sehr spontaner Mensch Also wenn das jetzt heißt, yo, YouTube zieht auf eine andere Plattform um Dann ziehe ich einfach mit um Also ich bin da nicht so jemand, der sich da einen großen Kopf drum macht Wie könnte es sein? Denn ich finde es jetzt gerade so, wie es ist, perfekt Und zwar fragt die liebe Xenia Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Ich kann sagen, wahrscheinlich ja Also ich bin zu 80% auf den Videodays in Köln Und auf der Gamescom in Köln Ich glaube, die ist ja nur in Köln, ne? Nur die Videodays sind aufgeteilt in Berlin und Köln Äh, ich werde bei beiden wahrscheinlich in Köln sein Ähm, aber ich weiß es noch nicht genau Ich sage mal so zu 90% Ja mit meinem Bruder Und die anderen 10%, ich weiß es nicht Ähm, mal schauen, ob sich das zeitlich ausgeht Ich weiß ja gar nicht, ob mein Bruder da überhaupt Fähren hat Oder was auch immer So, und dann fragt Black Unicorn Wenn ich in einem Film mitspielen könnte Welcher wäre es? Ich denke, es wäre sowas wie Hobbit Oder die Tribute von Panem Oder die Bestimmung Weil das einer meiner drei Lieblingsfilme sind Ähm, ich muss sagen Ich finde die Bestimmung mega Ich mag die Story dahinter Finde aber eigentlich die Tribute auch sehr geil Aber Hobbit ist halt auch so ein Film Da bekomme ich Gänsehaut bei Also generell die Herr der Ringe-Teile und so weiter Hobbit ist jetzt auch leider schon vorbei Aber was soll man machen? Ich finde die Filme mega Und wenn ich, glaube ich, die Wahl hätte Würde ich von einem der drei Filme mitspielen Dann schreibt Arne 2468 Cola oder Fanta? Ich muss sagen, ich bin da eher Früher total der Cola-Fan gewesen Cola, Cola, Cola Aber irgendwann habe ich dann so viel Cola getrunken Dass mein Bauch fast geblatzt ist Dann habe ich Fanta getrunken Und jetzt mache ich Fanta ganz gerne Obwohl ich sagen muss, dass ich beide Sachen noch gerne mag Also wenn ich meistens irgendwo in den Restaurant gehe Und was esse Dann bestelle ich mir meistens dazu eine Cola Aber im Kino mittlerweile trinke ich immer eine Fanta Das hat sich irgendwie so ergeben Dann fragt Sandy bzw. Zuckerwatte In welchen Ländern ich schon war Und wo ich gerne noch hin würde Wenn ich die Möglichkeit dazu hätte Ich war schon in Deutschland Da habe ich ja auch gewohnt Ich komme ja ursprünglich aus Österreich Und ich wohne hier auch In der Schweiz war ich noch nie Dann war ich schon mal in Kroatien Und in Italien Und das erste Mal mit Flug und so weiter in Paris Ja das war irgendwie mein coolster Urlaub in Paris Weil in Italien war ich mit der Schule In Kroatien da war ich noch mega klein Und dann war ich irgendwie so in Paris Das erste Mal geflogen und so weiter Das ist ja eine extrem geile Erfahrung Und ich würde auf jeden Fall gerne wieder fliegen Ich mag das richtig Also ich würde gerne einfach die ganze Zeit fliegen Immer so hinher, hinher Ich glaube ich würde echt Spaß machen Und ja keine Ahnung fliegen Fliegen finde ich geil Ich würde aber auf jeden Fall Wie gesagt im Februar fliege ich ja mit meinem Flug nach Los Angeles Und Amerika ist sowieso ein absolutes Traumziel von mir Trotzdem würde ich auch gerne irgendwann mal Richtung Malediven Oder in andere Länder wie Australien oder sowas Das würde ich mir auch ganz gerne mal anschauen Einfach mal um zu gucken wie ist es dort Und ja das würde ich sagen Dann nehmen wir noch eine Frage dran Und da ist das Video schon zu Ende Schreibt der MazedTV Was ist dein Lieblingsspielmodus? Mein Lieblingsspielmodus generell im Minecraft ist einfach Bad Horse Ich finde Bad Horse ist einfach so ein richtig richtig geiler Spielmodus Der richtig viel Spaß macht Auch wenn ich sagen muss Das sind in letzter Zeit immer wieder Leute sind Die irgendwie meinte Ich spreche es heute Ich gönne dem überhaupt nicht irgendwie das Wisst ihr was ich meine Und deswegen muss ich sagen Eigentlich ja Bad Horse Und sonst ich mag auch InderRams richtig gerne Ja keine Ahnung Aber gut Leute Ich würde sagen das war es von der ersten Folge AskDoggie Wenn ihr noch mehr Fragen habt Und so weiter Dann einfach ab damit in die Kommentare Oder auf Twitter unter Hashtag AskDoggie Dann nehme ich die auch mal ins nächste Video Und ich würde sagen Hau schreit Leute Macht's gut Und ciao